Die vier besten Spielerinnen als Olympia-Team haben Weg zur Siegerehrung. Der russische Kommentator nennt sie Druzhina, eine militärische Kampfeinheit. Nana war gerade zwei Monate lang in Moskau für einen Wettkampf. Bald wird sie wieder unterwegs sein. Der russische Kampfeinheit ist in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Kampfeinheit ist in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Kampfeinheit ist in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Kampfeinheit ist in Moskau für einen Wettkampf. Die vierte Kampfeinheit ist in Moskau für einen Wettkampf.